NattiStyle, Alter, Rater von Zuschauern Mit Mara, NattiStyle Ich bin gespannt auf das Video Oh mein Gott, Alter, let's go mit dem Video Ich habe keine Ahnung was mir da erraten Aber ich will jetzt auch das Alter erwarten und ich will jetzt auch das Alter erraten So, jetzt habe ich es geschafft, let's go Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Das ist eigentlich ein sehr spezielles Video Weil, wie ihr gesagt Ich bin nicht alleine, ich bin mit Mara Und es ist wirklich komisch Wir sehen uns nicht Und sie ist bei sich zuhause und ich bin müde zuhause Von wo hat sich die Idee gegeben? Sympathisch, man kann sich unterhalten Hallo sagen Hallo Und ich will gar nicht wissen wie lange wir gebraucht haben bis wir so ein Video aufnehmen konnten Unglaublich, dass ich eben 2 Stunden lang braucht, um das alles aufzustellen Es ist richtig mühsam gewesen Dadi und ich haben auch so ein Video gemacht Vor 2 Wochen oder so Wie haben sie es einfach in den 5 Minuten gemacht Wie es einfach 5 hat es Aber wir haben es jetzt geschafft Es ist doch cool, jetzt kann ich noch zu dir rüber schauen Schaust du mich jetzt auch an? Ja, ich möchte dich auch Hallo, ich möchte dir zuhören Aber das hat jemand nicht funktioniert Also wir hören das jetzt einfach in den Airpods Also wahrscheinlich streich komplett rum Ja, wahrscheinlich Ja, fängt jetzt das Video endlich mal an Egal, wir schaffen jetzt irgendwie das Video Es ist jetzt einfach ein Test Und wir hatten einfach Bock, wieder ein Video zu machen Weil wir halt irgendwie die Möglichkeit Zwischen nicht wirklich haben Maren hat in diesem Video noch nie so viel gelacht So, ich gehe jetzt einfach mal weiter Ich will sagen Und zwar ist morgen Weil ja 4. Mai ist Ähm Mein Merch Drop Und zwar um 12.00 Uhr Also wenn ich ein T-Schi habe Dann schaue ich doch mal direkt bei meiner Web Genau, ja Sie hat den Merch Drop heute gehabt Und hat tatsächlich Alles ausverkauft schon Also weniger als ich am Tag alles ausverkauft Und ähm Ich habe mir diesmal nichts gegönnt Ähm Aber Sehr, sehr wild Sehr, sehr geil Alles ausverkauft Mag ich sehr, sehr gönnen Mag ich wirklich gönnen Dass schon alles weg ist Irgendwann kommt vielleicht auch noch mal etwas von Ähm Ähm Zeit der Nadis hält mich zu sehen Aber 12 Minuten vorbei Und dann können wir es einschrauben Wey So, ähm Wir haben eigentlich ein mega spezielles Video ausgedenkt Das noch nie irgendeinen YouTuber gemacht hat Ähm Mara, was machen wir denn? Wo noch nie einen YouTuber gemacht hat Und dann macht es Tut es nicht auflösen Triggered Ja Mara So, wir machen Ich muss jetzt, was ich jetzt wissen Hier Ah, jetzt fällt es an Also das wäre jetzt die erste Person Oh mein Gott, das ist so schwer Ja Es kann so alles sein, weisst Wie alt ist die Person? Ich sage mal Also warte mal Warte mal Ich sage jetzt mal Die Person ist noch nicht 18 Ich sage mal die Person ist jetzt noch nicht 18 Ich sage mal die ist 14 14, 14, 14 Ich sage mal die ist 14 Ja, ja komm Boah Das ist schwierig Ich habe eine sehr alte aber ein Junge Ich schätze jetzt einfach mal Einfach eine random Zahl Ich schätze sie 15 ein Mhm Sie ist 13 13? 13? Ich hätte eigentlich noch viel höher geschätzt Aber vielleicht Ich muss es dörf schätzen Bei der heutigen Jugend Ey, die sehen alle älter aus als sie sind So, wir kommen zu der nächsten Person Ähm Ja Scheisse Woman Der Pferdenbana Also das ist schon schwierig Aber sie ist älter Älter als vor Ich würde jetzt mal sagen Sie ist ein bisschen älter E lot Ähm Kann sich schon um ein Papier kümmern Also schon auf einen Reifen Basis Angelegenheit Ich würde sagen sie ist 17 Äh Aber ist es provsten schwer Vor allem, ich bin nicht böse, also weisst du, was ich so gemeint wäre? Ja, aber vielleicht kann man das noch kurz sagen, also falls wir falsch schätzen oder so in diesem Video sind, dann nehmen wir es bitte nicht persönlich. Ja, ich sehe aus wie zwölf und ich bin eigentlich 19, darum Pi. Ja, nein, scheiss drauf, wenn wir jetzt mal sagen, ich bin ja 14, wenn wir jetzt mal so 8 schätzen oder so, ja das ist schon gut, kein Problem. Okay, ich schätze sie 16. Falsch, aber sie ist sehr nett, sie ist 15. Ah, ich habe 17. Voll den Mann, ja Mann ey. Ja, ich hätte fast 15 sein, dann dachte ich, vielleicht ist sie sogar 17 und dann dachte ich, ich mache die Mitte. Ja, sie könnte auch 17 sein, das stimmt. Ey, wieso lachen sie über den sympathisch jungen Mann? Oh mein Gott. Ich würde sagen, also jetzt erstmal, er ist sympathisch, sympathisch kommt er rüber. Hier schwarz-weiss Foto drüber gehauen. Erstens, ich sage mal mit dem Foto, mit den Späufiguren im Hintergrund. Ich sage mal ganz schön, äh, 13, 14. Ich muss mich fixieren, ich sage 14. Oh, es ist so schwer. Warum ist sie noch so schwarz-weiss? Okay, er könnte eben auch älter sein. Ich schätze, wenn du denkst, vielleicht könnte er jünger aussehen, oder ich schätze ihn jetzt mal älter, ich schätze ihn doch mal auf 20. Was? 4, bitte. Er ist 17. 17? Oh Mann, ey. Ah, meine Kommentare sind natürlich Schätzbossen, aber eben völlig falsch. Ja, Moin, er ist jetzt absolut beleidigt. Aber okay, 20. Das ist aber nicht mal schlecht. Also, ich habe das Gefühl, dass diese Person komplett schwer sein könnte. Es ist sehr schwierig, wahrscheinlich. Nein, ich bin bald. Scheisse. Ja, bald schwierig. Was für eine Legende, dass der ein Foto in der Nati geschickt hat. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so Zuschauer haben. Ein bärziger Boss. Ich würde sagen, er muss jetzt 17, 18 sein. Aber ja, ich würde sagen, er sieht älter aus, er sieht ein bisschen älter aus. Aber ich sage, er muss jünger sein, er ist ja bei der Nati am Start. Also nein, komm, ich sage jetzt einfach mal ein schönes, schönes 18. Also 18. Fuer schwierig. Ich habe einfach keinen Plan. Ich sage jetzt nochmal 19. Nein, er ist 21. Nein! Hey! Mann, ich habe gedacht, so ähm... Ja, einfach so... Leute vom ähnlichen Schlag wie er. Wir haben oft sehr schnell gepaart. Schon in der 7. Klasse oder so. Ja, Mann, ich habe es schon gepaart. Und ähm... Intimbehaarung. Ich habe erst einen Punkt. Oh, 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 oh. Ah, was? Ich dachte, ich hätte ihn fast jünger geschätzt. Ich glaube, sie hat mir auch ein Bild geschickt. Nein! Nein! Sie ist sehr, 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 sehr jung. Sehr jung. Ich sage 12. Oh, oh, das ist... Aber ich weiss das Alter nicht mehr. Aber ich schätze jetzt, sie ist 13. Brrrr, sie hat die Lärmste nicht gestört. Nein, es ist wirklich... Ah, ich habe schon mal falsch. Was bin ich von der Double? Ah, ja. Aber sie sieht doch mehr alt aus. Stimmt, sie sieht schon älter aus. Sie könnten 15 sein. Und sie könnten noch älter sein. Wir kommen zu der nächsten Person. Oh, das könnte auch schwer sein. Aber Roni, das ist ja 20 Filter drauf, oder nicht? Kann das sein? Ja, ich würde sagen... Ich bleibe jetzt mal auf dem 13 und probiere. Bro. Es ist verdammt schwer. Es sind ja riesige Augen. Ich schätze... 12. Oha, hat sie nicht älter geschätzt? Oha. Sie ist 13. Yes! Nice. Ich habe 12 Punkte. Let's go. Ok, Roni, aber nicht schlecht gewesen. Nein, aber nicht schlecht gewesen. Aber wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Punkt. Wir sind richtig schlecht eigentlich. Wie oft will Mara in diesem Video ihre Lippen irgendwie tunen? Eieieie, Trigger. Stimmt? Nichts, wieso du? Das ist ja so schwierig. No front gegen das Foto. Bro. Du bist nicht ganz... Du bist nicht ganz auf dem Foto, Bro. Huh? Nein, nein. Alles nur Witzig. Ich sage, er ist 14. 14. Schwierig. Er sieht ein bisschen aus wie mein Bruder. Das sind deine Eierhaare. Ich schätze ihn 19 ein. Er ist 14. Hey, ich bin ein Profi. 14. Ich habe gewusst. Hä? Wieso ist jetzt hier das Foto in der ganzen Grösse da? Ja, ich bin ja völlig lost. Aber in drei Punkten. Eben bei drei Punkten. Nice. Peace. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Ich dachte so 17. Ich dachte ja okay, ich hätte das noch etwas älter. Hast du 14? Ja. Ja. Ich habe das Bild gemacht. Ich bin so in der Dämmersinn. Ich habe das angefühlt. Ah ja, der ist etwa 17. Sagen wir mal ganz ehrlich. Wie oft diese Tiere bekommen Natti und Mara Nudes geschickt? Ich hoffe nicht oft. Ich bin so fies. Oh. Ja, das ist jetzt sein nächstes persönliches Gefühl. Das kann auch schwer sein. Oh. Oha. Schön ist sie... Ja, ich habe falsch einen Moment Pause gemacht. Also er sieht sympathisch aus. Man kann sich unterhalten. Ich sage er ist 17. Hm... 16. Ah, ich habe es falsch gesehen. Er ist 19. Ah 19? Sorry. Es ist so schwer. Ich sehe nicht so viel. Es ist wirklich schwer. Ja, okay. Die haben sie mir gerade zu zweiter gecheckt. Die zwei hier. Wie alt sind die zwei? Die sind hoffentlich beide gleich alt. Ich würde sagen, sie sind beide 13. 13. Hä? Ich konnte es erst wieder 13 sagen. Stimmt, 13. Man kann sich unterhalten. Ich bin sehr gut. Ihr wisst nicht mehr, wie viele Punkte ich habe. Aber ich bin sehr sehr gut unterwegs. Ihr rechts sieht doch aus wie 16. Ja, die können auch sein Filter sein. Aber wir sind wirklich schlecht. Wir haben bis jetzt nur eine Richtung. Ja, wir sind unter schlecht. Wir sind wirklich... Ja, wie du es auch bekommst von ihren... Vielleicht ist es schwer. Ich weiss noch nicht. Aber ich weiss nicht mehr. Es ist schwer. Es ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen. Einfach aus dem Stehgreif 17. Wie schwer. Das habe ich auch bekommen. Ich weiss nicht, wie alt sie ist. Ich habe 15. Ja. Mann! Wir sind nur gut, weil das... Was war die 15? Ich bin blöd. Ich habe es auch nicht gehört. Ey, 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 ey. Ich habe 15. Ja. Mann! Was habe ich gesehen? Ich habe es falsch gesehen. Ich bin blöd. Ja, voilà. Wir sind nur gut, weil das... Wir sind so nett. Wir sind so nett. Wir sind so nett. Ich habe es nicht gehört. Ich finde es cool, wenn ich jetzt so tun und das kenne. Ich kann wieder klinken. Hallo. Ja. Können wir uns kissen? Nein, das ist dumm. Warte, ich will... Ich will jetzt kissen. Es ist sicher weird, aber... Wenn ich lache, weißt du, ist mein Luftkiss. Okay, warte, ich will dich jetzt auch im Luftkiss. Drei, zwei, eins. Wir sind absolut schrecklich. Oh shit, was? Hä? Egal! Oh, das ist schwierig. Okay, 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 warte. Ich schätze... Wow. Mashallah. Einfach der hübsche Diga. 15 ist er. Mein Junge. 15. Einfach mal aus meinem Bauchgefühl raus... 15 ein. Nein, 17. Oh! So, okay, jetzt kommt jemand... Ich bin zuvure schwer. Ich bin zuvure schwer. Ich bin ein Falsches. Ja komm, hey, sag es mir doch gleich. Sag es für drei, vierzehn. 16. Äh, 17. Ihn finde ich echt krass. Ihn hätte ich viel, viel jünger geschätzt. Ich habe den Dude vorher krass gewonnen, der Blonde. Aber sag es ehrlich, wovor würden die mir schätzen? Ich muss schnell umschalten auf Dicam. Wovor würden die mir schätzen? Ja, okay. 11, 10, 12... Ja, ja. Also... Ja, ja. Ganz ehrlich, ja. Ja, ja. Ich sehe jünger aus als ich bin. Ja. Geil, geil, geil. Okay, sie ist sehr jung wahrscheinlich. Oh ja, dann muss ich sehr... Ich sage 12. Ich gehe jetzt tief runter. Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt voll schätze. Aber ich sage jetzt 12 ein. Oh. Buh. Jetzt ist es 16. 16? Oh shit. Ja, aber es ist ja Realtalk. Wirklich nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, wenn man da so sein, oder? Sorry. Aber es ist so schwer. Oh. Okay. Oh shit. Mashallah. Jetzt ist es 16. Ja, 17. 17. Okay. Oh shit. Ich nehme jetzt mal an. Er hat einen Bart. Ich sehe... Oh. 18. Er ist 16. Ohhhh. Wieso bin ich jedes Mal ein Jahr daneben? Das nervt. Shit. Er sieht so alt aus, gell? Der ist ja jünger als du. 16. Nein. Du bist mega alt. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen jünger. Ja, ja. Muss, 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 muss. Oh, oh, wo? Die Mara steht so ein bisschen am blöden Grinsen. Ja, dann kommt 15. Jalla. Okay, ich schätze jetzt einfach aus dem Nichts 15 ein. Nein, 14. Wirst du nicht schlecht sein? Also Leute, mit der Mara ist die Kamera absolut abgekackt, weil sie keine Akkumulkeit hat. Aber ihr hört sie nach. Ja. Hallo, sag etwas. Hallo. Hallo. Egal, das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt euch unbedingt den Daumen nach oben. Vergessen nämlich zu abonnieren. Und, ganz wichtig, was muss man machen? Glocke aktivieren. Richtig. Und gebt auch ein Like, wenn ihr noch mal so ein Video mit der Mara habt. Ich hoffe, sie hat dann gerade gekommen und es klappt. Vielleicht besser ist jetzt alles noch ein bisschen im Test gewesen. Und dann wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Sonntag. Und bis zum nächsten Donnerstag. Vergesst nicht den Drop morgen. 12.00 Uhr. Alles ausverkost. Und bis zum nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Sehr, sehr cool. Wir haben mich gefreut, dass das Video mir interessiert. Das ist ein sehr gutes Video von einem Stream. Da kann man selber mit den Abonnenten mitraten. Like, auf jeden Fall da. Checkt nach wie es noch nicht gemacht hat. Sehr, sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017